Also gerade, ich möchte nochmal einhaken und also einfach nochmal, um in diesem ersten Ding mit dem Brief nochmal was mitzugeben, Leute, wenn ihr Kunden gewinnen wollt, klar, man kann sich nicht stundenlang mit einem Kunden beschäftigen, dem er gerne gewinnen will und dann sagt er nein und dann ist was weiß ich Stunden Zeit verbrannt, aber ein bisschen recherchieren ist wichtig, weil Kunden gewinnen heißt, sich für einen Menschen zu interessieren. Genauso, wenn man halt eben den liebsten Menschen seines Lebens für sich gewinnen will, dann interessiert man sich auch für den Normalfall. Werte, Worte, Wirkung, sagte Robert Steffen 1, ein wunderbarer, der Wortarchitekt und jemand, der verstanden hat, wie Kundenbeziehungen aufgebaut werden, Werte, Worte, Wirkung. So sieht's aus. Es geht darum, die Werte waren auf dem Brief, dass du persönlich gesehen wirst, dass es individuell ist. Die Worte waren wohl bedacht, aber die Wirkung ist ausgeblieben, weil die Worte halt einfach nicht der Sprache des Worte. Die Worte waren falsch, weil eben die Grundlage gefehlt hat, das Wissen gefehlt hat, weil die Recherche gefehlt hat. Und damit ist die Wirkung ausgeblieben. Sie kann jetzt aber, weil du deine Worte weise gewählt hast, kann die Wirkung umgekehrt sein, dass sie eine Idee von dir bekommen.